das ist ja wunderbar also gleich den ganzen Scheiß nochmal oh da kommt was von links oh 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 böse oh ich komm ich hab mich meinen eigenen Mann abgestürzt kann ich meinen eigenen Mann töten? ja ich küsste, scheiße so, sterbt meine Freunde so, stört war's das jetzt? Danke okay, 20 Minuten Episode, toll war nicht so geplant ist jetzt so gut, dann eben 20 Minuten äh ja dann lass uns doch mal gucken, was wir hier tolles im Haus finden und im Haus finden wir Feen, also diese gelben Dinger da und da ist eine Truhe die wir öffnen oh Geschenke Adler-Totem mitgenommen oh toll, nein ihr wollt jetzt nicht wirklich ach, ihr seid doch solche Arschlöcher ja, das Adler-Totem ist da hinten das Adler-Vieh da das Adler-Vieh ist wieder durch das oh nein oh nein das Adler-Vieh ist wieder hier hinten, Leute nicht wachsen, nicht wachsen, nicht wachsen Fick dich oh, drittes Mal juhu weil es so viel Spaß gemacht hat, wisst ihr so, stört aber es macht Spaß oh, da ist ja auch eins oh, da ist sogar zwei scheiße alter jetzt hört mal auf dem Scheiß wir kommen mir eindeutig zu nahe weiter und jetzt gleich darf ich nochmal kämpfen wollen wir wetten? wollen wir wetten? egal, ich hole mir jetzt erstmal ich tue jetzt erstmal das Adler-Totem weg ja, hier ist es nämlich ja neuer Auftrag, schön ja, ist mir egal überprüfen, einsetzen er hat ein Totem dann setzt es da ein und siehe da eine Kugel erhalten Kugel der Macht mitgenommen maximal der FP plus 20 äh 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 leute macht über den FP plus 20 äh äh ja, ne? äh 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 ja auch bei dieser eilig er heilig den namen die süße mit dem wackelnden arsch nein 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 die absteuert aber her kommt meine freundin hat auf euch ja wenn der Heuer der Teufel sterbt beide und weitergeht St Wollten die Federmäuse Aaaaah verdammt Jetzt wird Ah die Federmäuse sind auch gegnötig Soll ich aufgefallen Jetzt find meine Maus gerade Im Ziel bin ich voll schlecht Buh wieder zwei glaube ich So war alle drei Oder kommst du wieder Oh verdammt Oh ja Kascha das macht Spaß Gut nächstes Oh schöne Sache nächstes Level Äh dann zeig nur was du kannst Mein Schnückel ne Äh Fertigkeit Ok Kuster Hexe Schattendimension Ja das brauche ich alles erstmal noch nicht Äh bitte Was ist die erste Gesundheit und Fertigkeit Ne erstmal Energie I plus C Weil desto mehr Dings desto mehr Desto größer der Schaden Stolz ist halt Moment Ach genau ich kanne HP heilen Moment dazu bräuchte ich aber FP und FP habe ich nicht Na gut dann eben nicht Apropos Ich werd mich mal heilen Ich werd Tal mal heilen So Danke Und weiter geht's Ja Mit dem Wackelarsch Wackel 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 Öffnen Und hier da Gegner Mahaha War so klar Und was kommt Was ist das Okay ich nehm Tal Wie abartig ist das denn Leute Ich nehm doch nicht Tal Trink was Trink was Trink was Trink was Trink was Scheiße alter Ne nicht heilen dabei Falsch Ah falsch Ah verdammt Jetzt bin ich überfordert im Moment Fertigkeitsseile Auf mich Genau eigentlich Und Eine so ne beschissene Auf Tal So einmal Ah jetzt kann ich nicht gucken Ich seh nicht So jetzt seh ich's aber So jetzt seh ich's aber So los geht's Oh Gott das ist grad echt Gar nicht so leicht wie es aussieht Leute Och Ich bin fast tot Boah irgendwas stimmt aber auch mit der Maus nicht ey Manchmal zieht die nach oben Manchmal zieht die nach unten Manchmal zieht die nach unten Aber das liegt damals mit den Kledermäusen sogar Guck das Frisch das meine ich Das zieht der noch aber Völlig Oh geschafft Oh Gottchen ey Das war echt knapp Brightwater Perle mitgenommen Ja schön ich will speichern Oh keine Schränke mehr nix Scheiße 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 Was war das denn So siehe da da ist was Und was ist da da sind Truhe So die Truhe will ich natürlich öffnen Und Reise Preise und Überraschungen Kugel der macht mit Maximal der FP plus 20 Bewahre ich erstmal auf Deswegen kommt die bitte von der Taste da weg Äh 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 Ja mit der FP Das muss ich mir reichlich überlegen Ich würde jetzt gerne bitte speichern Denn die Zeit läuft jetzt doch langsam ab Schon die doppelte Zeit Um genau zu sein So Weiter 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 All diese Kragendingern da Die sind echt eklig Nix drin war ja klar Nichts Scheiße Leute Nix zum heilen Nix Und Oh Gott Bitte warten Grafschaft Perhem Ja Schön und gut Aber ich brauche einen Speicherstein Speicherstein Und ich glaube ich erinnere mich Wann der nächste Speicherstein kommt Und das ist nicht gut Ja er kommt nämlich nach dem Kampf Und Okay Wendel muss ich die Dreistacher länger draus machen Ich werde es jetzt gleich sehen Nein muss ich nicht Gut Okay Leute Ähm ich verabschiede mich für jetzt und hier Sage Viel Spaß mit den Videos Und ähm ja Bis zum nächsten Mal Dann wünscht euch euer Hedi